Die Streckele raubt ein Kind. Die Streckele ist auch bekannt als Kinderentführerin. Sie tut die bösen Kinder, die nicht folgen, entführen und bringt sie nie mehr zurück. So haben die Mütter früher jemanden zu ihren Kindern gesagt, wenn du jetzt nicht folgen, dann kommt sie die Streckele, die holen. Es hat einmal auf einem Bauernhof in Fischbach in der Nähe von Willisau ganz ein freches und unartiges Kind gelebt. Es hat überhaupt nicht gefolgt und alles Schimpfen und Strafen hat gar nichts genutzt. So haben die Eltern zu dem Kind gesagt, wenn du jetzt nicht folgen und ein Braves bist, dann rufen wir die Streckele und die kommt dich holen. Aber auch das hat nichts genutzt. Das Kind war weiter frech und schnudrig und hat keinen Dreck gefolgt. So ist es den Eltern zu bunt geworden und sie haben den Starrsinn von dem Kind brechen und ihm eine Lektion erteilen. Die Eltern haben den gleichen getan, als würden sie den Streckele rufen. Sie haben das Fenster aufgemacht, haben das Kind gepackt, ans Fenster hergehebt und gerufen, Streckele, komm das böse Kind holen! Und ehe sie sich versehen haben, ist wie von Geisterhand ihnen das Kind aus den Armen gerissen worden und durch den kalten Wintersturm entführt worden. Die Eltern sind riesig verschrocken und haben geschaut und gemacht, aber sie haben nichts mehr gesehen von ihrem Kind. Nur von ganz weit, weit weg haben sie ihr Kind noch gehört schreien und sie ist nie mehr zurückgekommen.